Wovor hat Johannes am meisten Angst? Ich habe geschrieben vor dem Krampus. Wenn Lukas eine eigene Parfumlinie hätte, nach was würde sie schmecken? Das ist ganz schwierig. Jetzt habe ich die ganze Frage noch einmal. Die drei Sachen sind es. Benzin, weil der Luki ein Autoliebhaber ist. Golf, Handschuh, Schweiß, Vanille, Zigarre und Weizenbier. Das würde ich alles löschen. Wer ist Lukas Allzeit Lieblingssportler? Jetzt muss ich nachdenken. Ich muss selber nachdenken. Ich habe mir völlig gesehen, Scheiße. Ein Hobby habe ich schon. Tiger Woods. Das habe ich jetzt nie gemacht. Weil der Luki gerne Golf spielen tut? Ja, jetzt auch nicht mehr so gerne. Das war mehr im August so ein Trend. Jetzt auch nicht mehr so. Jetzt auch nicht mehr. Wovor hat Johannes am meisten Angst? Das müssen wir jetzt falsch. Also das muss ich dir raten. Warum? Ja, weil haben wir am meisten Angst, jeder. Nein, ich habe mich besonders. Schon. Wahre. Ich habe geschrieben vor dem Krampus. Okay, jetzt heißt es Wohler. Welcher ist Lukas fittest der Körperteil? Passt. Herz an. No, God, please no! Nooo! Welche drei Dinge würde Johannes auf eine einsame Insel mitnehmen? Drei, gell? Beide Dinge. Jetzt habe ich mir gefühlt. Ein Handy, Kaffee und ein Weizenbier. Also ich habe Lederhose, Quetschen, also die Ziehharmonika und eine Weizenkola. Wärt ihr beiden in eurer Schulzeit nebeneinander gesessen? Welchen Notendurchschnitt hättet ihr dann? Fünf. Hä? Wieso? Zwei Beisen miteinander. Ja, was? Na nie. Luki. Römisch sogar. ServusTV on. Die Video- und Streaming-Plattform.